dann stimmt das sogar ich glaube selbst anderthalbjährigen mehr verstand ja das hat er laut gesagt und ja das meint er auch wie gesagt ich habe da kein verständnis für patrick ganz ehrlich nicht jemand der solche aussagen braucht man nicht tätigen weil und mir braucht sowas sowieso keiner erzählen ich meine du hast eine menge mit gekriegt weiß wie es bei uns läuft und da sollte sollte klar sein dass mein tag definitiv um ein vielfaches anstrengender ist wie ihre also ich glaube die brauchen wir da nichts erzählen er hat so hoch ist mir das nicht mehr dass mir einfach zu dumm und ehrlich sagte so wie das es ist mir einfach zu dumm so wir brauchen ein paar platten ich mache holz jetzt hier oben was meintest du nicht so naja mein hirn arbeitet heute auch nicht mehr auf 100 prozent also von daher nicht übel nehmen so das haben wir schon geil das gefällt mir ich finde es cool mir gefällt also bis jetzt gefällt mir das eigentlich cool ich finde es ganz geil und noch mal 13 stück davon die brauchen wir eh fangen wir unten an damit hier keiner runter fällt so wie ich klatsch wir bauen eine treppe schön mit geländer damit keiner runter fällt naja was soll ich dazu jetzt sagen also für mich ist das eher so es bestätigt mich alles immer noch weiter in meiner aussage die ich ja schon mehrfach jetzt getätigt habe auch mit wohnungen so also wie gesagt ich die davon eigentlich nicht mehr hat das ergibt sehr sehr viel sind da scheint wirklich irgendwo im oberstübchen so die letzten kerzen sind schon aus als keiner mehr du kannst da klingeln aber da macht keiner mehr auf also licht brennt aber keiner das ist gut gehen ich möchte eigentlich jetzt erst mal dass wir fertig so wir bauen ein paar dachplatten ein paar dachplatten wenn er sich dann endlich mal weiter allerdings bin ich noch am überlegen was ich dann als nächstes streamen soll ich habe noch gerade keine idee wir haben mal gucken so meine größte zeit ist eigentlich vorbei ruge company das willst du nicht das willst du heute nicht glaubt mir du willst nicht sehen wie ich mich aufrege obwohl ruge company wäre eigentlich ganz cool in meinem derzeitigen verfassungszustand ist eigentlich auch nicht mehr wirklich viel mehr möglich ja könnte man eigentlich machen das könnte man eigentlich machen siehst du hättest du mein angebot angenommen dass ich dir die xbox zuschütze mit zocken können da ist nämlich ruge company schon drauf ne ich glaube nicht dass meine frau ruge company spielen momentan die ist was 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 die ist eher nach so die die ist ein hundertprozentiger arg sucht die ja gut ich meine es wäre erst mal besser gewesen als gar nichts jetzt wenigstens was zocken können und auf der xbox kriegst du auch viele survival titel ich brauche noch mehr ich will mehr schreien ströme jetzt warte mal jetzt habe ich ich muss jetzt mal gucken was hat denn dein laptop fragen wir mal so blöd das war wieder so eine sache zwei das gehört mir dazu zwei brauche ich noch ein vor allen dingen wie ist die ausstattung von deinem laptop das ist die preisfrage dann sollte da ruge company ohne probleme drauflaufen das sollte möglich sein so ich brauche noch eine von denen dann kannst du auf dem ding aber ruge company zocken also wenn du passmutter drauf gezockt hast kannst du ruge company zocken das sollte möglich sein also das ist schon dass das das ist möglich ich muss nur mal kurz gucken ja das ist natürlich eine andere sache ne kabel sollte man schon haben ohne kabel und jetzt will wollte ich eigentlich davon welche machen wir drei stück erst mal drei erst mal drei stück so hey den will ich das ist doof das gefällt mir nicht nein nein dann nehme ich die ecke noch mal raus hier wenn ich die ecke die ecke rausnehmen das war die falsche dann nehmen wir die raus nimmst du die jetzt raus bitte danke das ist blöd das geht nicht so wie ich mir das vorstelle warte mal den da rein so dann mach ich hier mach ich den und den mach ich ja ich weiß da hab ich nicht talent für das sieht aber auch blöd aus warte mal mir passt das noch nicht so warte mal die drei ne die vier kommt da hin die drei kommt da hin ja mal gucken vielleicht kann ich da ja dann fall ich aber ins wasser das ist egal ich fall weich ja das ist dann so so komm ich hier wieso geht denn das nicht ja wenn du dein laptop ins laufen kriegst kannst du ja mit nütz company spielen ich denke mal das wäre gar keine schlechte idee ich glaube für mehr bin ich heute auch nicht mehr offen wenn ich den jetzt hier ansetze dann müsste ich doch wenn ich den da ansetze gehen wieder da dann müsste das eigentlich gehen ne ja müsste er gerade rangehen ne na siehste läuft auch dann kannst du erstmal runterladen würde ich sagen mir fehlt eh noch als karakiri vielleicht er geht das mal runde baden ne brauche ich nicht was brauchst du nicht runterladen hast du schon drunter ja wie gesagt ich baue jetzt erstmal das noch zu Ende hier weil sonst kriege ich einen Elfmeter ja dann teste mal ob es läuft dann stelle ich den da ran passt passt nämlich auch nicht siehst du ich wusste es aber so geht es guck mal ey das ist hier gut dann kann man doch lassen dann baue ich jetzt hier noch ein paar davon rein das wird dann für kleinere flugtiere muss ich meine frau nur drin halten obwohl bei ihr und die muss sich an irgendwas halten der war gut ja beim nächsten mal haue ich noch mal so nütz raus so warte mal jetzt könnte ich aber eigentlich kann ich die bäume jetzt da ja die soll ja auch nicht alle tiere draußen lassen die frau das habe ich ja schon mal gesagt ne aber ich krieg das gemeck ab ey der server ist abgestmiert frag dich mal warum wenn da 30 millionen dinos draußen stehen ich baue dir gerade ein richtig schönes gebäude ja jetzt heulen wir nicht rum hier dann mach mal nicht mimi hier ne dafür dass du gesagt hast das sieht scheiße aus was ich hier baue das technikmeter ich hab mir echt mühe gerade ja manchmal ist das auch so das ist nicht nur manchmal ist das meistens so ja es gibt bei uns immer so muss ich nichts bedenken ich bin wie gesagt nur der baumeister ich habe hier eigentlich nicht wirklich viel mitsprache recht ich habe dafür zu sorgen dass der scheiß server läuft und baum diese so es ist ich sehe schon auch mir seid ihr ich bin dass du mir ein Problem können kündigen ihr wenn das nächste mal das erwarten ich habe kein solcher keine Lust ich könnte nicht drüben noch eine Bohnung im Haus nach außen nämlich auch nicht dafür noch neue ich wusste so dann könnt ihr gleich mal eure Meinungen dazu äußern wie das jetzt aussieht ich finde es eigentlich gar nicht so hässlich ich finde doch eigentlich ganz cool ach so das ist das Problem ich wusste es gar nicht keine Faser da ist das Problem ne ich hab noch sieht kaka aus danke 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 für meine Bestätigung ich wusste es sieht kaka aus ich wusste es sieht kaka aus aber hey damit kann ich leben ich kann mit Kritik umgehen K Bob der Baumeister bitte? Achso Sealing! So wir brauchen noch wir machen mal 6 Stück ja super dann machen wir gleich eine runde rutschkampagne und treffen uns ja ich weiß was kannst du auch das gott machen weil das gott werden die schulweiler musst du mal gucken kannst der mal testen bin ich noch am baum ja dann passt das ja dann kannst du da ja gleich renken ich gehe dann auch mal gleich rein welche ecke meinst du ich weiß nie die ist nicht so gut juhu abgeschmiert ja das was aber hart würde ich sagen okay das ist noch eine erklärung aber ich muss es mir genau das war der richtige einmal zum abschluss bitte ja groß ist nicht aber die schönsten kannst du herauspacken packst du sagst du packst ja sowieso nicht alle raus oder aber die du immer brauchst die kannst du ja schon mal hinstellen ja aber klar muss man gucken ob das passt vom platz her ganz schön klein ja ich weiß ich habe mich leider einmal gebaut da muss ein drach rein ja es war der falsch und das ist das ganz klar so dann machen wir mal gucken was jetzt geht jetzt passt siehst du? Träumchen! Einbräu noch jetzt bin ich mal gespannt für die Weihwandel zu klein das ist zu klein für die Weihwandel ja dann musst du hier oben nur kleine Flugtiere bauen Weihwandel gehen hier ja aber das ist ja blöd ja aber ganz so groß wollte ich jetzt auch nicht bauen weil das sieht dann auch wieder scheiße aus ja dann lässt du die Weihwandel willst du hier auch einen Baum rein haben in die Plattform oder hier nicht? ja mit Baum sieht es natürlich ein bisschen dekorativer aus ich glaube ich habe wieder zwei Videos fertig drei sogar fast ach das ist doch doof so der hier einen brauche ich noch so den habe ich jetzt hier jetzt muss ich mal kurz gucken Ceiling da haben wir eine Ceiling so jetzt kann ich den ganzen Kram ranken mehr geht nicht weil wegen ich habe keinen Hals mehr bringst du mir mal alles hoch bitte? ja ich bin ja ganz schön das geht ich bin ja ganz schön ich bin ja ganz schön ich bin ja ganz schön und der hat noch mal den einen baum hier in der mitte könnte ich noch wegnehmen das ist hier mehr platz vielleicht aber das sieht dann doof aus finde ich so dann habe ich das nächste gebäude fertig aber auf die diese halbrunde setzt sich wieder einen großen baum rein weil das sieht dann so aus als wenn das ding stabilisiert ist durch den baum so dann kannst du wenigstens ein paar fluchten so nachher gleich mal gucken ob ich ihn gut kann bin heute mehr glück habe die letzten versuche da sind ziemlich kläglich gescheitert also gestern oder so das war übel da hatte ich immer gar keinen bock drauf ich war so grottenschlecht ich hab nichts geschafft so damit hätte ich dann die aufgabe erfüllt heute wieder ein schönes gebäude zu bauen obwohl ich keinen bock auf karte ich habe gestern überhaupt nichts geschissen wie gesagt bei mir hängt im moment auch so müssen die erkältung und auch diese scheiße zeitumstellung noch mit drin das kommt jetzt gerade alles durch so ich will aber noch mehr müsste reichen dann brauchen wir noch ein baum dann ist eine bis auf unten der swimming pool den habe ich noch nicht fertig gemacht heute kann ich aber gelingen hat dann auch fertig machen so irgendwie passt hier schon wieder was nicht jetzt geht das wieder los so gleich noch ein baum ein bäumchen noch und dann so ich brauche ein bäumchen so was habe ich denn hier noch das ist ein bisschen blöd wir haben ein bisschen wenig bäumchen in der leidverson was hat er 3 zu 4 für 3 zu 4 gespielt so ja moin vielen dank dass du überhaupt rein schaust wir werden auch gleich einen shooter spielen allerdings werden wir keinen fortnein spielen drei kills das ist mal wir werden uns gleich eine runde an luch company testen und gucken ob es heute besser läuft so was sagst du jetzt zu dem gebäude ich finde da fehlt in der mitte noch ein kleiner baum ich finde da fehlt noch ein baum in der mitte nicht bist du nicht der meinung ok wie gesagt dir muss das gefallen nicht mehr zufrieden so na doch den stelle ich ja oben hin pass auf ei ich zeige dich pass auf 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 der guckt zwar wieso guckt der jetzt unten durch wie doof ist der denn der andere ging nicht durch moment der geht nicht durch auf ich hoffe ich so der geht auch durch aber der stört nicht wenn er unten durch geht hm hm der hängt in der luft kannst du ja mal gucken wenn es dir so nicht passt kannst du dir wieder wegkupfen ich finde es so ganz cool gefällt dir das so ist das jetzt nur nur nach 15 geklatscht oder gefällt dir das wirklich wie eine runde baden gehen wir gehen eine runde schwimmen gefällt dir ok ist auf jeden fall nicht nur so hingeklatscht ich habe mir mühe gegeben sagt nichts falsches jetzt so ok dann habe ich meinen job für heute erledigt architektur architekturbüro hat geschlossen so wir werden jetzt wechseln wir werden jetzt wechseln wir gehen jetzt in wir gehen uns jetzt prügeln rutsch company 18 plus ein wenig verlieren gehen so warte mal moment moment oh gott ich hasse es ihnen das herz zu brechen aber du weißt ja wie das ist ok danke du kannst mich jetzt runter lassen mani 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 mani